die ganze galaxie verlässt sich auf ihre hilfe wir haben die säure das ist einer von den neuen kriegern genau der auf der jetzt gerade geschossen wurde der nachschub organisieren kann aber der steht da hinten aber auch noch mal alle da klingt flatt haben wir noch ja ich bin gar nicht da ja 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 na drüber geschossen aber wir haben unseren großen tentakel vieh stürmer der liegt es nicht dauern stürmer aua 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 es liegt unter den bugs mit tot ja also hält da wir schon was anderes doch die demokratie ist gelandet ach bist auch wieder da ja dachte ich hole euch mal wieder danke das war doch ganz allein da hinten ja sorry aber er hat euch so lange nicht geholt dann dachte ich dann hole ich euch mal da sind auf jeden fall nester ja genau trampel mich platt und tot ja ja geh raus aus dem menü geh raus und heil dich ja 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 das oh ja titan mann scheiß back ich bin ja alle der 380 ist abgeprallt ich weiß nicht wo dahin geht neben dir warum tut mir denn alles weh du alt bist das ist ja noch mal ach so der wach wieder aber auch schon die ersten schmerzen wenn du schmerzen fühlen möchtest kommst du rock am ring mit ach komm so die mörser sind platt aber ich habe noch einen titan hinter mir das tut mir ein bisschen weh und ein pilz pilz döner wollte ich sagen also ich kenne auch kein dünner mit pilzen drauf aber doch kam mir gerade in die sind ja genau hat mich hier auch noch fast tot ja aber aus jeder richtung ist irgendwie vorsicht angesagt was war das denn da war alles um mich herum eigentlich so einfach ich habe nicht noch zeit meine waffen zu suchen wo sind die weit weg ja du bist da ich nicht ja ich komme jetzt richtung dahin ich komme jetzt noch ein bug nest ja bitte geschützt ein nest bug taktikausrüstung im leeren umfeld taktikausrüstung im leeren umfeld ich habe den pensyberg nice ist er umgestorben anscheinend ich habe gedacht ja die vier waren bis jetzt doch nicht schlimm genug optisch jetzt machen wir noch ein bisschen ist das doch nicht denn ich habe gedacht das ist so das war das weg die vorschussstraße auf dem weg wir versuchen mich zum datenpapier zu schleichen und dann habe ich gedacht das ist der pensy weil so punkte waren aber dann war es dort gar nicht wird schon wieder neblig hier geht zu der vorschuss ich weiß schon er ist so gut fast entdeckt naja man kreis ja nicht da die kommen auch vor dazu bitte lege paket ab wo flieger dinge flieger dinge flieger dinge ich bin gar nicht da wie gesagt wir da sind kreis ja nicht na klar mach mal wenn du es stopp ne was du denn du bist doch irgendwo ganz weit oben ich hole deinen gelben strahl ich hole deinen gelben strahl wenn du haltst mal natursäck meinst du ja sehr gut uah 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 das ist ja schon wie ein desinfektionsmittel ne deswegen bin ich ja äh ich spare ja praktisch immer einen schritt wenn ich pinkeln geh du hast mir praktisch direkt die hände geblendet zu much info ben ja lebens nützliche tipps ich kann man nur so sein spart na klar werde ich jetzt eingeschaut komplett natürlich werde ich überran jetzt habe ich keine 380er dabei Mist wirst du wirst du hab ich schon geschmissen da liest du gerade achso ja dann hast du dich aber auch nicht geschmissen weil ich hab hier ein dickes fettes nest runter also die säureficher werden gut getroffen von der 380 ja die explodieren gerne platzen wie meine hoffnung und träume ja aber wenn du möchtest kannst du mir gerne helfen hier unten ich räume nur gleich das mess erstmal leer alter Tag ja ja genau ey ich räume nichts in der ich bin tot sogar die kleinen Viecher kloppen voll rein Hallo wo bin ich denn hier gelandet die Demokratie ist gelandet ja ich glaub du wirst es gleich hassen dass du hier gelandet bist aber oh nö ooooh scheiß'n Mörser getroffen der hat verzogen scheiße ja ich hab ihn gefasst der ist verzogen wirst du ihn leer wirst du kommen hier nach hinten der ist das erste mal dass ich die Tate Achtung dass ein ein schießdingens und der ist nicht tot ja der säure ist freihaftig aber frag ihn nach Sonnenschein frag ihn nach Sonnenschein frag ihn nach Sonnenschein ganz gefährliche Sache dankeschön ui jägel back in the fight wie daneben aua hier krass weil der Ofer runter runterfällt und dann schmeißt den Datentrier auf den Ball weg so ich bin jetzt bei der Aufmission boah so kann ich jetzt vielleicht doch endlich mal diese Lippenstifte da reinstecken ich hab mal Nachschub organisiert hier drüben bei uns mhm ich hab da ne Atom Lippenstift nein ich hab auch schon drei vorne hingelegt du kannst direkt reinstecken ich hab grad gestartet ach eh nicht die beiden haben aber ich wohl jetzt so komm mal eine noch einen hab ich in der Hand Atomwaffe sehr gut also erster Schuss ist Atom Vorsicht Anne ne ne aber ist es nicht genau umgekehrte Reihenfolge wow wow ähm was ist hier jetzt passiert äh das waren Bugs und Laser irgendwie Kombination alles gut laser weiß ich wo die herkommen ja der Bug hat den ausgefuckt hab's genau gesehen Claudia oah hier sind der Bug ist alles ausgepackt au was du dir erhoffst und er warum sind da so viele Flatter-Männer aua ist ein Titan bei mir ich war eh die Nester noch da wahrscheinlich aua hier Aziz ja ich weiß alles ist nicht weggegangen nein ein Schlammer ist bei mir aber dieser Säure-Stimme eigentlich ist weg und Titan ist bei mir auch wo wo hattest du Munilin geworfen Hasbro irgendwo auf dem in dem Podest rein äh halt mit dem Podest ey sag mal ui ge das ist doch nicht wahr die sind auch noch schneller und hau dich mit einem Schlag weg Anfrage bestätigt Verschlagung am Marsch ich hab dich jetzt wohl zu deiner Waffe geworfen Hasbro danke danke ähm ich versuch den Pilz wegzumachen damit die Kreischer sterbe ja gibier mal die Auto-Lawine ist die noch nicht? nein ja wir sind direkt von hinten wieder angegriffen wow ihr blöder Kreischer ab ha 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 wir sollten ja weggehen ja wenn guter plan damit ich euch beine mache solltet ihr jetzt auf jeden fall weggehen sturzflug heute hieß noch mal dieser typ der blechdose war die blechmüchsen haben wir genau die sind immer so berge runtergerollt oder so wann die da ich muss ja mal gucken da sind voll die klippen klipp und klar warum ist er im benno zurückgeblieben ich glaube die frage können wir heute nicht klären doch weil die kuh wird unter 70 ganz einfach damit gehst du als geistig behindert meine kuh wird liegt bei 58 also bin ich geistig behindert also zurückgeblieben kann man auch sagen das finde ich natürlich nicht gut aber wieso ist halt so behinderten shaving hier aber ein bisschen nach hinten weil ich meine sachen wiederhole ach so und das letzte nest zu machen so hey siri in welcher augsburg puppenkiste war die blechbüchsenarmee google doch selber ich kann nicht auf keine hände frei ich habe nur siri stimme fallen ich habe nur siri stimme fallen ich mache ich wette namen war halt fragst du sicher deine freundin gerade die daneben hockt ja blechbüchsenarmee was ist die denn her eine marionettenarmee der an solitensbrechbüssen das ist eine figur in der auswahlpuppenkiste gut gebrüllt löwe und dann blech und der golde junker auftraten naja kenne ich aber irgendwie kann gut dann blech glaube ich auch da lief die warum rolle 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 gemacht mein gott habe ich denn hier einsam hier ich bin aus dem gebiet raus ein loch ist da jetzt wird es auch neblig hier ich bin gleich ein paar flieger dazu das brauche ich nicht ich brauche keine fliegerhauter Alter ich bin noch nicht da was zum teufel war das ich bin noch nicht entdeckt oder nein ich bin noch nicht entdeckt oder ich versuche nur zu überleben ich bin gerade richtigen exit weil solange die zeit noch einiger macht wie gutes zum abbauen und dass die so hartnächtig kommt ich bin selber am Affen können wir machen koala ich bring was mit nein ich hab nicht mal zeit irgendwas zu ziehen hier ja genau ruf jetzt auch noch hier ja genau ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss hier weg lass mich doch mal in ruhe so so es war schön mit euch ich töte mich jetzt es gibt doch die nummer gegen kummer die nummer gegen kummer schön gereimt wirklich da ist doch immer die werbung mit so ne Präventionshotline ist das da kannst du anrufen wenn die schnitzieren willst ok ich muss ich muss doch nicht sterben meine pecher kann sagen wie ich am telefon dann sagt spring springt wenn du wenn du kann hier durch dich gehen na klar ich kann unser fliegendes umher boah und wieder zeit eingebüßt toll keine spritze mehr ich hole mal den flieger ne ja was wie was aber wir haben doch den pensierberg ja kannst ja auch bleiben und suchen wenn wir die fliege so haben ich würde jetzt hier auch ganz schön hazi ich würde sie jetzt nicht unbedingt hier suchen auf helder aber es geht doch naja wir spawnen ja jetzt bin ich noch weit von euch weg oh nein ich werde zugekotzt also solange sich alle um im westbo kümmern ist das easy ich werde immer zurück gelassen ja ja den titan bringe ich ja mit meine er hat einen anderen titan aber da kommt noch einer aber ich habe ja noch einen titan der sehr anhänglich oh ich bin tot man jetzt ist aber auch down ganz easy gar kein thema ganz entspannt ne holte mich zurück irgendwann mal ja also ich ich mags grad lieber nicht ich glaube ich bin weiter weg als die anderen zwar i have called you on me maybe auf den titan ich bitte ne warum warum kriegst schaden vom fallenen titan warum der meine sachen nicht ich finde ich boi das boah von neuen kommand an und selten probe gefunden geilo eh du arsch das ist aber nicht egal das hat die all die zerlegt aber ganz oft ganz entspannt nice ja klar kotze mich voll ich sehe nichts mehr au au ich bin der spielwart von dem wach also von der entfernung schaut das echt interessant was sie da macht ihr konntest noch mithelfen äh das ist nur überleben gerade jaja ich sichere quasi euer überleben nein du suchst weg ja das tue ich ja nicht ehrlich bin aber ich fühle ich aber das ist eine aufgabe haben wir noch muni äh nein warum nicht aber weil die abklingezeit noch nicht vorbei ist ok aber ich glaube so schnell bin ich aber ich glaube so schnell bin ich haut ihr ab wenn ich nicht da bin äh ja nein das macht nicht da nein nein sorry nein sorry du bist da zurücklassen ja da wäre noch ein bunker ja ne hier sind aber gegen ja aber nein ich hab doch nachgeladen warum geht das denn nicht von der demokratie muss ich hier zurückkommen ja 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 ok moment laufe oh da kommt nicht halten leute deswegen und da kommt auch schon ein stinker der schwieger ist nicht da ja moment noch da war ein schmesserling nicht ablecken lassen nicht ablecken lassen Verschuldigung Aua Mörser komm mir an ja ich schieße drauf aber ich kann nicht ich kann nichts tun stirb doch einfach ich glaube ich habe den stinker gefunden der zu dieser hätte schon mal da halt ich los ja titan lebt noch geh auf den strahl ich glaube ich habe den stinker kaputt gemacht ja ok titan is down er bitte geschütten letztes nachladen nein wir kriegen den großen oben Achtung 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 ich komme steigt ein ja alle zum schiff alle zum schiff Benno komm 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 einsteigen da ist ein ein typie eingestiegen so viele bachs im schiff da waren zwei bachs auch schon im schiff nehmen wir die jetzt auch mit ich hoffe ich habe noch spray für ungeziefer an bord das hoffe ich auch oh Gott da rollen sie im Berg unter der Vespo Vespo da rollen sie gerade Klasse da rollen sie gerade ja die ziehen sich in ihre Büchsen zurück und rollen an den Berg unter ich finde begeistert mich aber so vieles das war bestimmt schon etwas Neueres oder das habe ich so gar nicht mehr miterlebt Vespo da gibt es auch ich hatte Jim Knopf kannte ich nur ich kannte du bist doch keine du bist doch keine 50 Jahre alt ne ja aber es lief ja trotzdem im Kinderprogramm damals auf RTL das kennst du noch gar nicht RTL hatte damals Kinderprogramm da lief das nein